Ziel bewegt sich. Ich bin dran. Er ist nicht um MI5. Die Drecksarbeit bei Geheimoperationen machen wir. Sichtkontakt zum Ziel. Hab dich! Wer zum Teufel bist du? Mein Bruder! Ich suche dich seit 28 Jahren und jetzt hab ich dich gefunden. Oh mein Gott. Wie wär's mit nem Kuss? Nicht auf den Mund, ich bin nicht aus London. Gestern war ein ganz normaler Tag im Pub mit ner Rakete im Arsch. Und jetzt bin ich hier in London mit meinem lang vermissten Bruder. Keine Angst, sind kugelsicher. Nicht! Unsere Scheiben sind kugelsicher. Fenster hoch! Du hast die Mission vereickelt. Ich muss verschwinden. Ich hab das perfekte Versteck für dich. Zurück im Paradies. Das ist dein Bruder. Wo hast du denn die ganzen Jahre gesteckt? Niemand soll wissen, dass ich hier bin. Unsere Lippen sind versiegelt. Meine nicht. Damit meinen sie ihre Muschi. Und hier ist es auch ganz bestimmt sicher. Vertraue deinem Bruder. Überall! Nein! Nein! Woher wissen die, dass ich hier bin? Ich hab's im lokalen Internet gepostet. Heißt Twitter. Hier findet dich nie einer. Das Virus wird eine Milliarde Menschen töten. Ich muss sie aufhalten. Ich hab dich einmal verloren. Nein! Ich verliere dich nicht nochmal. Hilf deinem Bruder, die Welt zu retten. Großer Gott. Das ist alles neu für dich. Du musst lernen, mit einer Pistole umzugeben. Hammer! So'n Ding bekommen die Kids. Hörst du jetzt mal auf, auf alles zu schießen? Okay, Nobby. Verführ die Agentin im grünen Kleid. Du erkennst sie sofort. Sie ist umwerfend. Oh nein. Sie ist umwerfend. Wollen sie Zimmer sauber? Von oben bis unten. Tötet diese Idioten. Ich bin getroffen. Es ist giftig. Ich bin in 90 Sekunden tot. Saug es aus. Auf gar keinen Fall. Follow me, follow me right.